Gestern Abend haben wir noch spät zusammengesessen und natürlich ging es um das Thema Migration. Wir haben darüber geredet, wie man die Entscheidungen vom letzten Juni umsetzen kann. Wir alle sind uns einig, dass wir einen europäischen Mechanismus für den Umgang mit den Anlandungen, mit der Umverteilung brauchen. Daran arbeiten wir. Einige Länder sind sehr zögerlich, wenn es um die Aufnahme von Flüchtlingen und die Verteilung geht. Wir brauchen einen echten europäischen Mechanismus. Wenn nur einige Länder sich daran beteiligen, dann ist das kein europäischer Mechanismus. Ja, man hat auch gestern über mögliche finanzielle Beiträge gesprochen, aber es ist nur eine kleine verbleibende Möglichkeit. Aber wichtig ist, dass sich möglichst viele an diesem Verteilungsmechanismus beteiligen. Ahem. Ahem. ��